Was ist die koronare Herzerkrankung der Todesursache Nummer eins in Europa und weltweit? Die koronare Herzerkrankung ist die Todesursache Nummer eins in Europa und weltweit. Das Tückische an dieser Erkrankung ist, dass der erste Herzinfarkt entstehen kann, ohne dass davor Symptome entstanden sind. Symptome sind auf jeden Fall ernst zu nehmen, aber die zugrunde liegende Erkrankung, nämlich die koronare Herzerkrankung, ist das, vor dem wir uns am meisten fürchten. Wenn wir die Ursache effektiv behandeln können, sei es mit einer Wiederherstellung des normalen Blutflusses in den Herzgefäßen oder mit Medikamenten, so haben die meisten Patienten kaum oder keine Beschwerden. Ein geringer Teil der Patientinnen und Patienten kann aber anhaltende Beschwerden haben. Das liegt dann nicht immer nur an der Durchblutung des Herzmuskels, sondern kann auch andere Ursachen haben. Wir behandeln ja nicht nur eine Erkrankung, wir wollen den ganzen Menschen behandeln. Es hängt sehr davon ab, wie alt der Patient ist, was für Miterkrankungen der Patient oder die Patientin hat. Danach richten wir unsere Therapie. Es hängt auch davon ab, vom Ausmaß der koronare Herzerkrankung. Es ist ein Unterschied, ob ein großes Areal des Herzmuskels gefährdet ist oder nur ein geringer Abschnitt. Wir sind heute in der glücklichen Lage, dass wir ein weites Spektrum von Therapiemöglichkeiten haben. Das beschränkt sich nicht nur auf die Wiederherstellung eines normalen Blutflusses, sondern wir haben ein breites Spektrum von Herzmedikamenten, die in dieser Indikationsstellung sehr gut wirken können. Ja, Stress gehört zum Leben dazu. Wir können zwar Stress reduzieren und wir können unsere Haltung zu Stress anpassen, aber letztlich müssen wir einen normalen Alltag leben können. Und das ist auch das Ziel der Therapie der koronaren Herzerkrankung, einen normalen Alltag leben zu können. Die Grippe kann ein Auslöser für einen akuten Myokardinfarkt sein. Deswegen raten wir allen Patienten, bei denen eine koronare Herzerkrankung bekannt ist, sich Grippe impfen zu lassen. Ja, bei dem Diabetes unterscheidet man zwischen Typ 1 und Typ 2. Wichtig ist es beim Typ 2 Diabetes insbesondere, den Blutzucker natürlich gut einzustellen. Aber sonst sind es genau die gleichen Risikofaktoren wie bei allen anderen. Die gehören gut kontrolliert. Sofern. Der Informativen Wo Shiinhagen Einmal die Geschwindigkeit unschuldig war, Ich bin detailsher – bei der abstinsten Haben Sie! Untertitelung des ZDF, 2020